Falls er gerade anwesend ist, der kommt da mit großen Schritten zu uns. Hier ist der Aufgang, der Bürgermeister. Ich möchte Ihnen bedanken bei allen, die hier dazu beitragen, dass wir eine tolle Stadtfest haben. Alle, die bloß hier bei den Ständen stehen, die dafür sorgen, dass wir kundinarisch auch mit den Getränken versorgen werden. Vor allen Dingen aber auch von den vielen Freiwilligen, die hier mithelfen. Auch die Stadtgemeinde ein ganz, ganz großes Lob hier in unserem Bauhof, der hier wirklich beim Aufbauen hat und auch natürlich beim Abbauen. Und wir haben die Sperrstunde verlängert, wie ihr alle wisst und ich wünsche mir natürlich noch eines, dass die Sperrstunde aber dann auch reingehalten wird. Und dass er jeder seine Zeit mitnimmt, damit der Bauhof nicht sehr gut zusammenkommt. Jetzt ist gut noch, dass ich feiere, dass die Stadtgemeinde in den Kirchen feierlich öffnet. Ein bisschen Musik warten und dafür gibt es auch hier viel Musik. Du bekommst von uns nämlich erstens mal dein Bild gerahmt, das kann man sich dann zu Hause wirklich, vielleicht ganz kurz machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020